Okay, neues Game. Train Station oder was? Da wird's abgehen ohne Ende. Da wird's abgehen ohne Ende. Oh, ich hab was Schwarzes an. Gott! Okay. Die Zombie-Apokalypse ist ausgebrochen. Ich bin alleine in der Train Station. Wer kommt hier? Wirklich? Nur eine? Come on. Kommt. Kommt. Die Panzer, die hätte mir auch sitzen können. Wie ist es jetzt los, oder? Kommt. Die Panzer. Die Panzer. Kommt. Okay, passt Die Double Barrel hat er nicht getroffen Da dachte er hier, er nimmt die Monster Da dachte er hier, er nimmt die Monster nachkaufen Pfaffen und ich habe trotzdem mit der SKS geplattet Unfassbar So viel Anvention für die Sniper Also er fragt, was ich hier mache Ich bin die Mutant Ultra Mit dem Zweiscope, richtig nice Passt Was braucht man eigentlich noch, bevor wir uns auf den Socken machen Machen wir noch was Einer Wir sehen wie die Sachen das war Schali vielleicht noch Und fahren Und fahren Und fahren Und fahren So, das sieht gut aus. Jetzt muss ich hier weg. Jetzt muss ich hier weg ohne zu sterben. Das ist die Herausforderung. Das sieht ja erstmal gut aus. Das ist creepy. Ein bisschen wie Tarkov hier. Ein bisschen wie Tarkov. Jetzt schallt ihn ja noch. Gott, ne? Gehen wir den da dran? Molly? Molly? Okay. I'm happy. Sieht gut aus. Könnte, man könnte jetzt glücklich sich auf die Socken machen. In die Zone. Ich will noch ein Schally. Oh, ein Fahrrad. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Ja. Die Knarre ist ultramächtig. Kriegen wir den Schally da nicht dran, oder? Schade, echt. Das wäre zu gut. Wir könnten noch kurz hier chillen, eigentlich. Sogar noch ziemlich lang. Ich glaube, ich werde nicht, was wir hier machen. Kompensator. Ist das noch ein Schally? Okay, passt. Okay, verziehen. Auto? Sturm. Das ist eigentlich gut, darauf habe ich es gewartet. Keiner sieht mich, wenn ich mit dem Fahrrad im Sturm fahre. Zumindest so die Hoffnung. Mal ein entscheidender Nachteil. Ich habe was Schwarzes an. Was Schwarzes anzuziehen im Weekend ist halt nicht so die schlauste Idee. Aber es ist sneaky. Das Fahrrad. Kommt der jetzt zu mir, der Sturm, oder was? Nee. Noch 43 am Leben. Erstmal kurz Kartenüberblick verschaffen hier. Ich finde es gut eigentlich. In der Ecke kommt die Action. Ich glaube, wir laufen in die Zone. Was macht denn der da drüben? Mittlerweile hätte er sich Zufall treffen müssen. Oder? Alle sind gerade auf dem Weg zu ihm. Um ihn auszuknipsen. Oh. Oh. Shit. Ich brauche eine weiße Klamotten. Weiße Klamotten. Ich renne nicht. Ich renne nicht mal schwarz. Komplett schwarz. Geil. Das ist top. What could possibly go wrong, guys? Gut, egal. Weiterhin. Ist da mal, gibt es hier Eisbären? Bin ich am Eisbären-Eck? Wenn ja, bin ich geliefert. Die Eisbären sind ultra nervig. Die machen einen sofort platt. Ich habe jetzt eine DMR. Ich habe sehr gute Mitteldistanz-Waffen. Zwei Stück. Aber nix gescheites. Nein, da fand ich ein Auto. Nix gescheites für so richtiges Hardcore-Gespray. Aber das ist eigentlich auch gar nicht so schlimm, glaube ich. Weil mit ein bisschen Glück kommt es jetzt gar nicht mehr zum Hardcore-Gespray. Kann es sein, dass wir das ignorieren können? Schauen wir mal ganz kurz. Ja, schon noch ein Stück. Hier wird jetzt noch mal ein bisschen Action gehen. Hier geht Action. Hier geht Action. Aber das war es. Zu mir kommt genau da. Zu mir. Warte kurz, ich muss die nur knocken. Sorry. Ich habe mir da jetzt so lange Zeit lassen müssen. Die Mutant ist geil. Das dahin pushen ist ultra dämlich. Vielleicht hätte ich mir dem seine Klamotten klauen sollen. Das wäre wahrscheinlich schlauer gewesen. Also mal ein Energiegetränk rein. Sturm. Ja, wie viel Sturm ist das jetzt? Die sehen mich trotzdem, ne? 24. Ich bin nicht sicher. Ich glaube, da habe ich einen gesehen, rechts. In den Sturm pushen. Was war das für ein Geräusch? War das ein Eisbär? Ich sehe nichts. Es ist irgendwie so ein bisschen komisch gerade. Das ist so, als hätte das Spiel sich noch nicht entschieden, ob es jetzt Schneesturm ist oder nicht. Da ist ein Auto nicht gut für das, was ich vorhabe. Sieht aber aus, als wäre es ein wenig verlassen. Wurde übrigens neulich für meine nicht-Rambo-artige Spielweise gelobt. Ein Stück noch. Shit. Hier über die offene Fläche. Egal, ich nehme das Auto. Ich gebe es mir. Ich nehme das Auto, weil es macht einfach keinen Sinn, da jetzt umzulaufen und sich die Platten zu lassen hier. Ist mir wurscht. Wenn ich jetzt sterbe, dann ist es so. Mein Leben ist zu kurz, um in der Zone zu sterben. Wir heizen mit Vollgas rein. Suchen uns ein schönes Eckchen. Und sterben in Ruhe. Und sterben in Ruhe. Ob der weiß, dass ich nämlich noch ne Durper noch habe? Wo ist der Kasper? Der hat ihn gekillt. Der ist hier noch. Und zwar ganz in der Nähe. Sag mal, bin ich im Squad-Server gelandet? Ist das jetzt der zweite, den ich rausnomme? Oder wie viele? Wie viele Dings gibt es hier? Self-ID, alles klar. Da haben wir es. Okay, ich dachte schon. Ich bin ein Mann in Black. Das ist nicht gut. Wir kennen ihn wirklich. Das ist... Wir kennen ihn nicht gut. Echt von mir ist noch einer. Ich bin mir sicher. Da sind überall noch welche. Let's burn ist. Da ist ein Auto. Ich bin mir eigentlich ganz froh, wenn da noch ein Auto rumfährt. Das zieht dann alle Aufmerksamkeit auf sich. Und ich muss mich nicht... Das ist eigentlich gut. I like that. Shit. Offene Fläche. Nicht gut. Motorrad? Oder nicht ein Motorrad? Ganz ehrlich? Scheiß drauf, Motorrad da. Das überlebe ich niemals. Wir sind noch umleben. Tun sie auch nicht mal schnell. Schau mal, wir hat doch noch ein bisschen laufen. Schlau anstellen. Da fährt drüben auch noch einer. Noch zehn sind am Start hier. Scheiß Eck. Schau mal da. Scheiß Eck. Aber richtig schlecht. Was mache ich jetzt hier? Oh mein Gott. Voll über die Freifläche pushen. Da kann ja nichts schief gehen. Das ist ja eigentlich der Einzige, der hier würde. Müssen auch noch zig Typen rummeiern. Hier hinter mir ist noch einer. Lass jetzt einfach mal hier stehen. Kannst ja nicht. Chill mal kurz. Sicher nach hinten. Das ist ja magisch. Schwarze Klamotten an, ey. Mein Nischo. Hier muss einer sein, doch. Ich habe hier gerade noch Schüsse gehört. Hier soll hier noch einer sein. Okay. Ich sehe keinen. Schali. Tja. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Fuck. Links von mir wird geballert. Das interessiert mich aber nicht. Ich will einfach nur ein Eck finden, von dem aus ich in die Zone pushen kann, ohne dass ich den Rücken geschossen bekomme. Hier links ist Action. Und wieder hinlegen. Noch fünf. Ich bin gerade ein bisschen so wie die... Solange der nicht trifft, bin ich glücklich. Da war noch einer. Weil der rechts von mir weiß, wo ich bin. Hat aber gerade durch seine zwei ziemlich leichtsinnigen Schüsse. Käpt'n Schalldemper vor mir auf sich aufmerksam gemacht. Der jetzt... sich hoffentlich um ihn kümmert. Also ich spiele hier Schacht. Das ist eigentlich gar kein Ego-Shooter. Ich spiele hier eigentlich Schacht. Ich spiele hier noch. Das ist irgendwo. Wo ist denn der? Ich sehe nicht. Der muss doch hier sein. Hier drin wahrscheinlich. Hä? Da kam doch gerade noch ein Schuss her. Das gibt es doch nicht. Keine Ahnung. Geh, machen wir es. Gut, nochmal so ein Energiegetränk. Noch drei. Wahrscheinlich kriege ich jetzt in einen rein. Hinter mir ist keiner mehr. Die schießen da vorne aufeinander, das ist gut. Da ist er. Jetzt muss er hier rauskommen und dann kann ich ihn platt machen. Der ist hier irgendwo rechts. Da ist er. Da ist er. keine scheiß nahkomfort ist ein problem da die mp-file also da habe ich eigentlich keine chance das war knapp das war knapp der ich habe halt ja er hat mich wahrscheinlich 10 weil ich so ultra schwarz war sonst hätte ich vielleicht noch eine chance gehabt naja immerhin zweiter geworden ich glaube ganz schlecht habe ich nicht gespielt ich sage danke fürs zuschauen wenn es euch spaß gemacht dazu zu gucken like und subscribe da lassen und ja ich poste auch mal öfters irgendwelche tipps allgemeine tipps zu pubg etc genau dann